Hallihallo! Ganz in Weiß heute, ja? Wir haben jetzt ein bisschen gestreamt auf Twitch mit einem Bekannten. Hallo liebe Follower und Freunde. Normalerweise mache ich kein Video mehr ohne Skript. Mal schauen, was hat sich ergeben auf dem Blog und im YouTube-Kanal. Bis gleich! Ja, ich kann euch nur aufrufen, geht so auf meinem Blog, solange es geht. Ich kann mal umschalten. Das Festspiele-Video waren 450 Zuschauer wert. Festspiele Bayreuth, oder gibt es mir ein, Wilhelmine Bayreuth Brandenburg auf dem Blog Seed-Andreas.blogspot.com Also Festspiele Bayreuth, nach Datum sortieren, das letzte Video, 54 Zuschauer und Wilhelmine Brandenburg Bayreuth auf dem Blog Seed-Andreas.blogspot.com Nur kleine Leben-Meldung! Bis später! F Accessibility plus 5 4 Untertitelung des ZDF, 2020